Die unsterblichen Flammen sind alles, was von diesem heiligen Ort übrig ist. Ich spüre viel Zorn hier, eine kochende Wut, kaum im Zaum gehalten. Seid wachsam! Ihr müsst diesem Land Frieden bringen, falls ihr Murosond gegenübertreten wollt. Ihr? Seid ihr für das verantwortlich, was hier geschehen ist? Ich bin wieder auf die Dimension der Flammen enthalten. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.